Musik Howdy Cowboys und willkommen zu einem kleinen Update Video Ich wollte nur mal kurz sagen, erstmal danke an die ganz vielen neuen Abonnenten, die ich bekommen habe Und entschuldigen, dass in den letzten paar Tagen nicht wirklich ein Video kam, das mit dem Remix und so Das war ja nicht wirklich ein Video Da werde ich mich jetzt dran setzen, ich hatte in den letzten Wochen Tests Und jetzt habe ich Sommerferien, zwei Monate lang Und jetzt wird hier erstmal fett gespielt Jetzt muss ich nur noch warten, bis Krok dann online kommt Und dann können wir neue Spiele spielen, weil ich weiß halt auch nicht immer, was ich so spielen soll Das könnt ihr mir auch ruhig in den Kommentaren schreiben Ich werde vielleicht noch einen Grafikcheck zu Mafia 2 machen, weil das Spiel, das hat mich letztens so umgehauen Das hat mir mal gegönnt und boah, das ist einfach richtig krass Und mit Krok kann man ja dann so Killing Floor 2, das haben wir uns beide geholt Das werden wir dann auf jeden Fall auch mal spielen Und ja, die Gaming News werden auch wieder kommen Da ist ja der Steam Sale jetzt schon, da werden wir heute noch warten, bis das neue Weil ich nehme das jetzt hier gerade auf, da haben wir noch 1 Stunde und 30 Minuten das Tagesangebot von heute Also da warte ich noch aufs neue Update Und dann könnt ihr das nämlich auch sehen Dann ist das nämlich auch gut aktuell Und ja, das wollte ich dann nur mal sagen Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder Was vielleicht noch heute kommt, wenn ich es hinkriege Und bis dahin, ciao Ich bin so scheiße, ich bin so scheiße